Premiere im Wiener Stadion vor 53.000 Zuschauern mit dem Europaköpf-Spiel Rapid Wien gegen Real Madrid. Happel-Freistoß auf 30 Meter Entfernung. Schuss und Fendler in die Kreuzdecke. Unhaltbar, eine Bombe, eine Begeisterung. 1 zu 0 für Rapid, hier 11 Meter. Happel dritt an, unhaltbar, 2 zu 0. Und der Zwei-Tor-Vorsprung von Real Madrid aus der ersten Begegnung in Madrid ist aufgeholt. Freistoß von Happel, 25 Meter, wieder ins Netz. 3 Tore eines Verteidigers, das dürfte einmalig sein in der Fußballgeschichte.